Blüten. Achso, das ist nicht er. Okay, das nehme ich jetzt mal nicht mit. Wo haben wir noch einen? Da haben wir noch einen. Meister Gegenstand. Hier ist auch irgendwie so ein Kampfsymbol. Weiß nicht, was es bedeutet. Das ist... Oh. Da ist noch einer. Wie ein Mann? Bitteschön. Upsa. Überlastet. Ja, das war mir klar. Okay. Pass auf, ich schmeiße das ganze Zeug mal weg. Die ganzen Langschwerter. Wie kann ich die abwerfen? Wegwerfen. 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 Die ganzen Sachen brauche ich hier gar nicht. Die sind alle total schlecht. Kleiner Krüppel. Kleiner Krüppel. So, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Die sind auch alle... Naja. Nicht so gut. Was kann das? Naja, das ist wenigstens etwas. Den Rest brauche ich alles gar nicht. Ich glaube, hier kann ich auch mal aussortieren, was ich nicht mehr brauche. Drei Rüstungen. Eine Rüstung. Das ist das von ganz Anfang. Das brauchen wir auch nicht. Das könnten wir noch gebrauchen. Vielleicht. Aber der Rest ist ganz in Ordnung. Das hier brauchen wir nicht mehr. Okay. Dann haben wir mal aussortiert. Sortiert sich das jetzt wieder besser? Ja. Es sortiert sich wieder. Well done. Was haben wir denn jetzt noch? Einfrieren, Verbrennen, Zeichenintensität, Verbesserung, Vergiften, Adrenalin gewinnen und Beträumen. Na gut. So, sehr gut. Habe ich mein ganzes Essen eigentlich schon? Ah, da habe ich ja so ein Beutelchen hin. Liegen hier überall diese Ziegel rum. Neue Markierung. Ach, jetzt hat er markiert. Okay. Ob es hier noch irgendwie was gibt. Fläschchen. Pastete. Zwergenschnaps. Schnaps ist immer gut. Oh, hier ist noch eine Kiste. Armbrust. Verwehren, Ruhenschein. Okay. Das ist sehr gut, dass ich dran bin. Upsa. Das tut mir aber leid. So. Was habe ich jetzt? Oh. Ah, jetzt kommen sie wieder zurück. Ach, geil. Wir haben eine Stadt befreit. Das ist ja geil. Oder? Ja. Das freut mich jetzt aber. Jetzt bin ich mega happy. Wahrungspunkt 420. Ja, jetzt bin ich aber stolz. Wir haben eine Stadt gerettet. Cool. Langschwert. Das können wir nochmal nehmen. Zeig mir deine Waren. Das können wir machen. Ich würde mir gerne deine Waren anziehen. Was hat er denn? Oh, er hat was, glaube ich, zu essen, oder? Ne, das sind bloß Kräuter. Bloß Kräuter, in Anführungszeichen. Brauche ich nicht das hier? Wusseblumen. Ne, brauche ich nicht. Ne, kann man leider nix. Danke. Lebe wohl. Lebe wohl. Ich möchte hier diese Kiste hier plündern. Optima Marta. Oh, Entschuldigung. Stahlbaren, Floren, Haudegenstiefel und Magdaira-Curas. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Salpeda. Ja, gucken, was das für eine Rüstung ist. Was ist das denn? 28. Hm, das ist aber schlecht. Na ja, trotzdem ganz gut. Schön, wir haben einfach hier eine Stadt befreit. Das freut mich jetzt aber mega. Finde ich jetzt geil. Finde ich jetzt schön. Was, wenn ich alle Öffnungen... Jetzt habe ich es nicht gehört. Knoblauch. Okay, ach so, alle Öffnungen mit Knoblauch. Warum hat es hier keinen Schnellreisepunkt? Menno. Jetzt habe ich das freigeschaltet. Und bei dem kann ich nicht... Boah, ist das ärgerlich. Hier kann ich nichts machen. Und da komme ich auch nicht weiter. Und die Stadt hat auch keinen Schnellreisepunkt. Okay. Und da kann ich auch nicht... Ach, Schnellreisen nach. Das geht. Ah, du musst eine Schnellreisekreuzung finden. Na gut. Dann gucke ich... Alter, ich sollte vielleicht was markieren. Dann gucke ich... Da kommen wir ja eh nicht hin. Dann müssen wir mit Plötze halt irgendwo hinreiten. Hilft ja nichts. Dann müssen wir zum Mittelhain reiten. Dann sind wir eh gleich da oben. Hä, das ist ja doof. Gucken wir mal, ob ich an der Küste irgendwo... Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Plötze. Komm mal ran. Let's ride. Gehen wir mal gucken, ob wir noch ein Bötchen finden. Dann fahren wir ein Bötchen. Bötchen. Hier ist auch noch irgendwas. Erscheinung. Na gut. Kommen wir da einfach so hoch? Anscheinend schon. Jetzt bin ich hier runtergefahren. Ach, willst du mich verarschen? Aua, 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 Aua. Oh, fuck. 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 Tschüss, Freunde. Einmal Pfeffer. Das ist wie verarschen. Pfeffer? Oh, really? Ich meditiere mal ganz kurz. Ähm, Meditation. Brauchen wir wieder Sonnenaufgang. Na, 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 na. Da, 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 da. Sehr gut. Getränke haben sich irgendwie nicht regeneriert. Ich brauche, äh, das Schutzschild. Hallo, Erscheinung. Du erscheinst mir heute so gruselig. Na komm, jetzt lass mich dich doch mal schlagen, Mensch. Hey, das erscheint einfach da und mal hier. Wie soll ich denn die sonst kriegen? Aber wenn die Erscheinung mich nicht will, gehe ich eben wieder. Geh doch hoch, Junge. Ist er eigentlich irgendwie geistig gestört oder so? Achso, jetzt kommt der. Na komm schon. Yes. Ach, da ist noch eine. Natürlich. What else? Au. Jetzt habe ich dich. Sehr gut. Geisteressenz. Was haben wir hier noch? Mutagen. Mutagen finde ich immer sehr gut. Jetzt können wir uns den Schatz holen. Immer wieder so kleine Sachen hier. Oh, oh. Kommt die hier hoch? Ich hoffe nicht. Nägel, zerriebene Perle, explosive Bolzen, Katakarn-Absud, Pferden-Laserhose, Tankmeister habe ich gerade das Archivman bekommen, Wolfsfell und... Was? Die Meritium-Barren. Verstehe ich sofort. So, was ist das denn? Was ist das denn für eine Hose? Oh. Geiler Scheiß. Weißt du, wenn ich die Dinger sowieso schon habe, dann kann ich die da auch draufhauen. Also, das ist ja dann... Wäre ja dann Quatsch, wenn ich das nicht machen würde. Okay, die Hose, die brauchen wir auch. Wir brauchen Stufe 6. Wir brauchen generell Stufenaufstieg. Also dem scheitert es ja dann nicht. Okay, Karte, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Ja, kleiner Weg. Ist leider blockiert, der kleine Weg. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Bötchen haben. Na, komm, Geralt. Hopsi. Bötchen, Bötchen, ein Bötchen. Bring, Geralt. Sieht schlacht aus. So, dann rennen wir halt erstmal an der Küste entlang. Gucken, ob wir was finden. Okay. Er bleibt im Busch hängen, der hält. Vielleicht sollte ich auch einfach schwimmen. Das dauert mir zu lang. Hier sind auch noch irgendwelche Monster. Ciao, Monster. Level 8 Monster. Nö. Habe ich gerade keine Lust zu. Okay. Ich wollte hier ursprünglich wieder in das andere Gebiet, aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wir dann hier, glaube ich, Quests nämlich verlieren und das wollen wir ja nicht. Okay, hier ist die Höhle wieder. Na gut. Dann sollten wir uns jetzt irgendwie in die Stadt begeben und erstmal wieder Essen einkaufen. Denn ohne Essen mache ich hier jetzt nichts mehr. Ich habe nichts mehr zum Hochheelen. Ich habe nichts. Schnellreisen. Kann ich jetzt Schnellreisen machen? Vom Schiff aus. Und dann drehe ich aber mal Rad. Was wäre denn der nächste Schnellreisepunkt? Ach, ich kann jetzt mit dem Schiff schnell... Ach, in den Hafen kann ich schnell reisen. Na, da muss ich natürlich erstmal einen Hafen entdecken. Scheiße war's, ne? Also ich kann in den Hafen schnell reisen. Aber das ist gut zu wissen. Will ich theoretisch da oben hin? Oder will ich nicht hin? Okay, cool. Dann düsen wir jetzt mal hoch. Ach. Eigentlich ja nur in die Richtung. Jetzt wollte ich gerade irgendwas gucken. Muss ich mal überlegen. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas im Menü. Was war das? Wir haben nach dem Ibiza-Platz geguckt. Auf der Map war aber auch gerade. Ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen. Aber kann es sein, dass wir mit dem Schiff hier... ...total langsam sind? Also ist es grundsätzlich möglich, dass das... ...dass das die Possibility ist? Ich fahr mal da ans Land darüber. Guck mal, eine Bootsanzeige mit Schaden. Anscheinend. Oh, guck mal, was da am Wasserrand steht. Das Auge der Party. Ich guck mal gerade ganz kurz auf die Map. Ach, hier sind wir jetzt. Wir fahren einfach da lang. Ja. Wir fahren da rein. Da, wo dieses Anschlagbrett ist. Das müsste bloß noch geradeaus sein. Dann können wir da easy hinreiten. Oh, ich will gerade gar nicht mehr aufhören zu spielen. Merke ich gerade. Finde ich voll gut. Zwei Stündchen. Da geht noch ein bisschen. Wenn ich jetzt eh schon dabei bin... ...passt das ja. Da holt jetzt kurz. Aber es ist es wert. Schippadidu. Schippadida. Ähm. Was könnte ich denn erzählen? Ich könnte doch irgendwas erzählen. Hm. Heute ist Halloween übrigens. Wo ich das aufnehme. Ich glaube, ich bekomme die erste Folge nicht pünktlich heute raus. Das wird nix, glaube ich. Da müsste ich später ein bisschen machen. Aber ich denke, das ist kein Problem. Heute Abend gibt es einen Halloween-Livestream. Das wird auch ganz lustig. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Vor allem, weil ich ja so schreckhaft bin. Aber ich mache es mit meinem Kumpel. Ich mache es mit meinem Kumpel. Ähm. Aber ja. Das wird ganz lustig. So, da vorne ist jetzt auch noch Hafen aus. Dann haben wir den Schnellreisepunkt auch freigeschaltet. Ich wusste gar nicht, dass das mit dem Boot geht. Schnellreisepunkte mit dem Boot. Finde ich cool. Klasse Sache. Hm. Sieht auch krass aus mit dieser Burg da. Was auch immer sie darstellt. Ah, guckt mal einer an. Sogar eine Bootsanlegestelle. Dann müsste das hier jetzt ja auch ein Hafen sein. Wählen Erzdorf. Hier scheint eher nichts mehr los zu sein, sehe ich gerade. Oh je. Na, wir schippern mal weiter rein. Da ist ein Amboss. Oder ist hier doch was los? Na ja, Markierung Erzdorf. Ah, anscheinend ist hier doch was los. Cool, da ist sogar ein Fischer. Mit einer Lampe. Das ist auch geil. Komme ich überhaupt durch mit meinem Kreuzfahrtschiff hier? Oh, ich kann durch sein Boot durchfahren. Das ist natürlich praktisch. Okay. Hier, Mädchen. Ich habe dir ein Boot mitgebracht. Upsa. Oh, Entschuldigung. So, dann gehen wir mal. Ah, das ist ja geil gemacht hier mit diesem. Das ist ja cool. Diamantstaub. Zwergenschnaps. Okay. Endler. Hast du mir was zu essen, mein Lieber? Hast du Geld? Ja. Dann zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren anziehen. Bitte was zu essen. Nein, nichts zu essen. Oh, zerschiedene Satteltaschen. 70% kapanzierte Satteltaschen. Oh. Ist aber teuer. Ist sehr teuer. Ist sehr teuer. Aber ich glaube, eine gute Investition für Plätze kann das sein. Also das, äh, Wasserflasche. Mhm. Also das könnte doch eigentlich ein guter Deal sein. Aber 320 ist schon ein ordentliches Wort. Naja, wir lassen es mal. Danke dir. Ich dachte, du hast was zu essen. Schade. Leb wohl. Hast du hier eine Taverne oder so? Das wäre mal gut zu wissen. Hat es auf jeden Fall einen Schmied. Ich glaube, da gehe ich mal meine, 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 meine Waffen aufmöbeln lassen. Diamantstaub nehme ich auch immer gerne mit. Äh, zeig mir, was du anzubieten hast. Okay, der hat, oh, der hat sehr viel. Der hat auch das Zeug hier. Angriffskraft. Chancen auf Betäuben. Taumeln. Chancen auf Bluten. Was ist das hier? Anfängereparatur. 15% auf die Haltbarkeit des Gegenstandes. Das ist nicht schlecht. Das können wir vielleicht nehmen. Kaparaturkit. Oh, das haben wir ja noch gesehen, dass wir das brauchen. Eisenbarren. Da brauchen wir drei Stück. Dann könnte ich, dann hätte ich, dann habe ich, glaube ich, was machen können damit. Öl. Saft. Farbstoff. Okay, da hatten wir hier nur so Staubsachen. Nägel. Kohle. Was hat er hier noch für Barren? Achso, das ist wieder Eisenbarren. Der ist hochgerutscht. Und das hier ist alles höheres Level. Level 6. Naja, gut. Handwerk. Ich glaube, das ist mein Handwerk, ne? Alle Teile vorhanden. Stahlwaffe. Und da, wir können sie versuchen, sie schütze. Holen. Du bist wohnt. Und der ist immer für Barren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020